Oder was lädt der hier für ein Update runter, Alter? Kommt jetzt noch mehr Pech, oder was? Der installiert seit 5 Minuten, ja, jetzt auf einmal geht's schneller bei 69%, ne? Weiß ich auch genau warum, wegen dem Hintergrund da. Guckt mich auch schon so an die... Oder guck mal, wie die da angelaufen kommt, als wäre die Shard an Shakiri, Alter, wie geht die da? Was geht ab, mein lieben Freund, euer Juni und herzlich willkommen zum nächsten GTA San Andreas Let's Play. Ja, Freunde, heute ist es ein Night Let's Play, es ist gerade 1.30 Uhr in der Nacht, meine Freundin ist schon am schlafen. Das heißt, wir können nicht so laut sein, ich hoffe, wir werden nicht so viel Pech haben. Es fängt das erste Mal an zu regnen, guckt euch das Wasser auf der Motorhaube an, Wahnsinn. Ey, bisher hatten wir in jeder Folge leider Pech gehabt, was soll ich euch sagen, Freunde? Ich hoffe, es wird ein bisschen lockerer werden. Ich habe jetzt auf jeden Fall auch die Grafik heller gestellt, ihr meint, ich soll das Spiel heller stellen. Und ich muss sagen, das sieht wirklich wunderschön aus, also die Grafik. Ah, die Schweine überfahren immer diese falschen Gangmitglieder, Alter. Ihr seid bei der falschen Gang, ihr Schweine, Alter. Wer pisst euch alle hier? Macht mal Platz hier. Ja, guck mal, die juckt das nicht, ne? Auf jeden Fall, Kappen, haben wir im Intro gesehen, es kann... Digga, was ist los mit der, Alter? Will die mich Sandwich nehmen oder was? Die steigt sogar aus. Will die Stress? Nee, rennt weg. Ja, die anderen wollen mir auch hinterher werden. Lasst dir immer einen dicken Daumen nach oben da, Freunde. Ihr habt gestern ein bisschen nachgelassen, was Feedback anging. Deswegen, heute müsst ihr die Folge auseinandernehmen. Nehmt den Like-Button auseinander. Alle, die gerade gucken, ein dickes Daumen nach oben da lassen. Wer noch nicht gefolgt hat, kann gerne ein Follow da lassen. Wir machen einfach mal heute weiter bei Big Smoke. Und gucken wir mal, was uns hier erwarten wird, Leute. Ey, die Grafik gefällt mir echt gut, Alter. Muss ich euch wirklich sagen, ne? Also, ich finde es echt gut. Muss man einfach so sagen. So, Grafik ist heller gestellt. Wrong side of the tracks. Oh, die sind ja immer noch hier, Alter. Und nerven den. I got my eyes on you. Dann schmeißt du mir dazu, der Idiot. What was that all about, baby? You tell me. Oh, hell, man. They got their nose and everything. Can't shit without Tenpenny taking the inches. To hell with him. Yeah, I guess. What's really up? Hey, thinking of taking a little ride. Three-Dimension a little something that might put us deeper in the game. Alright, I'm down. Where to, Smoke? Da bin ich dabei. Fahrer zu Unity Station. Das ist so krass. Ich kann mich an so viele Sachen gar nicht mehr erinnern, ne? Also, an so viele Missionen und so. Aber es sind ja auch gefühlt Millionen von Missionen. Ihr habt gesagt, ich soll die Dialoge, beziehungsweise die Fahrten, lieber nicht überspringen, weil die auch zwischendurch reden können. Und ihr meint, ihr wollt jede Sekunde von GTA genießen. Zum Beispiel jetzt gerade, das ist ja auch eine kurze... Ah, ich kenn das doch. Das ist dieser Ort, wo die alle mit ihren... Mit ihren Fahrten, mit ihren Dingern da, diese Rider. Und dann waren die so am... Am wippen und so. Wie heißt das? Diese Pimper Rider und sowas. Low Rider, genau. Low Rider, diese Low Rider. Didim, 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 didim. Nein. Sag mir nicht, dass ich die Mission mit dem scheiß Zug alter... Oh nein, ist das die Mission mit dem scheiß Zug? Digga, wie hüpfen die denn da, Alter? Oh nein, Alter. Oh nein, das ist diese Mission, glaube ich, mit dem Flug... Steig da auf, du Fettsack, Alter! Junge, ey! Ja, ich folge nur dem Train. Was willst du von mir? Bruder, meine Freundin schläfst mir viel zu laut, Alter. Die wird mich umbringen. Ja, und jetzt? Dann kann ich schießen. Ja, ich fahre nebenher. Schieß! Oh mein Gott, ich glaube, das ist diese eine Mission, wo ich komplett ausgerastet bin damals. Ja, schießt die doch ab, Big Smoke, Alter! Muss ich mitschießen, oder was? Oh, oh, da vorne ist irgendwas. Und jetzt? Ach, geil. Ach, geil. Ich würde mal gerne wissen, was dieses Update gebracht haben soll. Es kam mir irgendein Update hier raus bei dem Spiel. Ich glaube, da hinten hat der Zug gestoppt. Ach, da kommt ein anderer Zug. Und jetzt? Hallo! Ey, ich muss da vorne durch. Ich muss da vorne durch. Ich muss da vorne... Ja, geil. Wo ist dein Motorrad? Ey! Ich gebe dir eine Bombe. Warte denn ab. Komm, wir kriegen das hin. Komm, Big Smoke. Komm rein hier. Komm rein. Ey. Digga, guck mal, was da wieder am Fliegen ist. Hä? Warum hat sich hier alles aufgelöst? Ey. Auf einmal war alles weg. Wollen die mich verarschen, Alter? Ey, ich kriege die Krise, ne? Ich kriege die Krise heute, Freunde. Es geht schon wieder gut los, Alter. Es geht schon wieder gut los. Zum Glück gibt es hier so diese kleinen Checkpoints. Weil, stell mal vor, ich müsste jetzt wieder zur Mission fahren. Dann das. Dann jenes. Wie soll man das denn sonst machen mit diesem scheiß Zug da? Ich glaube, wir müssen vielleicht einfach rechts vorbeifahren oder so. Kann das sein? Kann das sein? Ja, klar. Genau vor mir die Scheiße, Alter. Verpisst euch, ihr Gangmitglieder da. Oh, nein. Nein, 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 nein. Ey. Ey. Bruder. Wie fährt der denn? Ey. Bestimmt, weil Big Smoke hinten drauf ist und das ganze Gewicht da hinten verlagert. So, jetzt mach ich es auf meine Art. Ich fahr jetzt einfach vor dem Zug. Kann mir die Eier lecken, der Zug. Ey, ey, ey. Nein, nein, nein. Bruder. Ich hätte einfach rechts vorbeifahren müssen. Ich war so ein Lost. Ich hätte einfach nur rechts vorbeifahren müssen, Mann. Junge, trifft ihr die auch mal, diese Idioten, oder ist das zu dumm? Guck mal, der eine hängt da einfach runter. Wie tat's dann? Jawohl, 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 jawohl. Schieß, Big Smoke. Schieß, schieß, schieß. Okay, wir sollen on the right hier hoch. Okay. Ja, und wohin soll ich denn? Soll ich auf den Zug springen, oder was? Was für ein Zug denn? Ah, oh, 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 oh. Wo sind die denn, Mann? Ey, Bruder, wollt ihr mich verarschen? Ich bin nur die ganze Zeit auf dem Weg geblieben, Alter. Ey, Leute, was passiert hier? Was passiert hier für eine Scheiße, Alter? Ich schwöre, ich überspringe das jetzt, diese Fahrt, Alter. Wenn was passiert, sehen wir uns gleich wieder. Leckt mir doch den Sack, Alter. Für das zweite Mal schon die Scheiße nochmal neu machen. Hoffentlich seid ihr beide tot, Alter. So, was wollen die jetzt von mir? Ich bin doch hier rechts. Ich bin doch hier. Warum ist gerade die Mission... ...hier abgekackt? Wo ist der denn? Da, schießt den einen. Es ist doch nur einer, Bruder. Schieß doch jetzt rüber. Es ist der Ein-Eins hier. Bruder, ich mache jetzt meine Ernesto-Aktion. Leck mich am Sack. Oh nein. Oh nein, oh. Eieieiei, Bruder, ist das hier eng, Alter? Was soll ich hier machen? Eieiei, das ist wohl eng hier. Ey, 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 ich falle gleich runter, ne? Ich werfe alles... Ah! Jawohl, Junge, der hat den bekommen, Alter. Guck mal, die schweben da drauf, die Säcke, Alter. Ey, ey, ey! Beruhig dich mal jetzt hier. Boah, okay, Freunde. Ja, klar. Erstmal von der Seite einen mitgegeben. Dankeschön. Okay, Freunde, fahren wir wieder zurück. Wir haben es geschafft, Digga. Wir haben es geschafft, Alter. Mann, Mann, Mann. Nur die alle fahren, Alter. Ihr könnt ihr die Story mitlesen. Ich versuche, ein bisschen leiser zu sein, wenn die alle reden und so, Freunde. Ich würde sagen, wir fahren dann eben da hin und sehen uns gleich wieder, weil die hören da jetzt auf und jetzt reden die nicht mehr weiter. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ja, okay, Freunde, und da sind wir angekommen, ey. Meine Güte, was eine Mission wieder, ne? Boah, jetzt kommt der Sound geil. Ey, das Spiel macht so viel mehr Bock, wenn das wieder so eine geile Grafik hat. Ich glaube, hier kam ein Patch raus, weil das Spiel hatte ja voll viele Probleme gehabt. Vielleicht sind die ja jetzt behoben. Vielleicht haben wir jetzt weniger Pest. Just Business. Ihr könnt ja schreiben, ob ihr irgendwo gerne die bestimmte Missionen haben wollt. Immer abwechselnd oder erstmal Big Smoke fertig machen, dann den, dann den. Wir gucken einfach mal. Könnt ihr mal gucken, Chat. Ganz entspannt. Oh, wir fahren nach Downtown, okay. Denkt dann auch, Freunde, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, ihr könnt ein kostenloses Abo dalassen. Einfach hier auf Abonnieren klicken. Es wird jeden Tag GTA kommen. Um die Tage werde ich auch mit der Call of Duty Kampagne wahrscheinlich starten. Ich versuche, die Fresse zu halten, Leute. Könnt ihr zuhören. Oh, das hört sich ja super an. So, wir sind da. Was ist das denn für eine Mission, Alter? Ich versuche mich immer an dieser alten Mission zu... Ola, Chica. Ich weiß nicht, wie CJ aussieht mit seinen Augen, Alter. Der CJ will sich die Dreck klären, Alter. Was ist das denn? Was geht denn jetzt ab? Schießen. Ja, ich kauere deinen Ass, Bruder. Alles gut, Bruder. Alles gut. Ernesto hat alles im Griff hier. Die haben noch keine Chance, die Gegner hier. Zack, 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 zack. Easy going, Alter. Wo seid ihr, hä? Schießt den ab. Boah, panzersichere Weste. Die nehme ich mit. Die nehme ich mit, Digga. Jetzt könnt ihr mir gar nichts mehr, Schweine. Was Pech, hä? Was Pech. Hier in die Fresse, Alter. Irgendwie erinnere ich mich noch so leicht an diese Mission. So ein bisschen. Immer so ein kleines bisschen, Alter. Geil. Ernesto hat die. Ernesto holt sie alle. Ernesto holt sie. Zack, kommen alle her. Komm her, ihr Schweine. Bam, bam, bam. In die Fresse, Alter. Zack, zack. Schieß doch, sieh, ey. Junge, nimm mal die anderen Waffen hier mit, Mann. Scheiße, mein Leben, Digga. Ich wollte die anderen Waffen mitnehmen. Oh mein Gott. Ne, irgendwas. Das sagt mir nix Gutes, dieser Kreisverkehr hier. Dieses, also dieser Parkhaus. Irgendwas war doch hiermit, Alter. Oh, was soll ich machen? Was? Benutzt du rechtes Stick um auf dem Motorrad? Ey, Bruder, was ist das für eine Steuerung, Alter? Ich guck da oben, der guckt da unten. Junge, was geht denn jetzt hier ab, Alter? Oh, wo schreit der da so rum, Alter? Wow, Junge, was geht hier ab? Oh Gott, Digga. Was geht denn hier ab, Alter? Viel zu viele. Schieß, 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 Bruder. Hä, wo sind die denn? Wo sind die denn? Ach, da hinten. Und bleibt der Idiot überhaupt stehen, Alter? Jawohl, Alter. Ernesto ist präzise heute unterwegs. Präzise, zack. Genug Zielwasser getrunken. So geht das. Oh, oh. Guck mal, ganz easy, Freunde. In 60 FPS flüssig wie nach KFC. So muss es sein. Zack, zack, zack. Schieß, schieß, schieß. Junge, dieses Sounds, Alter. Imiak. Oh mein Gott. Oh mein Gott, daran erinnere ich mich doch. Der Schwanz kommt da runtergefahren mit seinem Auto. Schieß doch, schieß doch, schieß doch, schieß doch. Wie soll ich denn den Blatt machen, Alter, den scheiß Wagen hier? Ich treffe doch den ganzen Fahrer, aber der verreckt mich mal an. Einfach auf die Reifen, einfach auf die Reifen. Genau, auf die Reifen. Oh, oh. Jawohl, jawohl. Wir haben gleich alle Reifen platt, Digga. Der kann nicht mehr fahren. Oha, wie viele sind denn hinter mir, Mann? Bruder, was geht hier ab, Alter? Zack, haben wir auch. Schieß, 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 schieß. Jawohl, Junge. Junge, da unten sind auch noch welche. Links sind welche. Ach, guck mal, hinter mir immer noch. Aber wie schlecht die sind, Alter. Wieso treffen die mich denn nicht? Screw that, we're taking the cynic route. Jawohl, Junge. Ernesto Valverde resiert dir alles. Wuhu, guck mal, Big Smoke. Ja, klar, Bruder. Hier fliegt alles in die Luft. Ja, klar, die Autos explodieren auf einmal von alleine alle. Ah, die Tür auf hier. Junge, wie viele gibt's denn noch von denen, Mann? Die kommen mit ganzer Familie auf mich. Wieso trifft ihr die denn nicht? Da, da, schieß drauf. Schieß auf diese... Jawohl, Junge, genau so, Alter. Auf einmal liegen diese Kisten, die zum Abfallern sind, Alter. Wahnsinn. Boah. Yeah, for sure. Much love, Baby. Mehr mit seinen Adiletten da, mit seinen Flip-Flops, ey. Let's go, Baby, Alter. Let's go. Wir haben's geschafft, Alter. Boah, Leute. Wat eine Mission. Wat eine Mission, ey. Die war auf jeden Fall gut actionreich. Definitiv. Definitiv gut actionreich. Okay, ich würde sagen, wir fahren zur nächsten Mission. Wir gucken mal, Big Smoke ist weg. Sagen wir fahren endlich... Ja, komm, wir fahren zu OG Lock, Alter, der Sibi-Kopf. Ja, Freunde, wir fahren doch zu Sweet, weil er war viel, viel näher. Deswegen machen wir die Mission hier. Ja, geil. Stark. Stark, stark, stark. Okay, komm, let's go. Nächste Mission. Und Néstor, der ist ready. Drive by. Oh. Erstmal war ich nicht reden, ey, du Hund. Ryder, so ein Vogel, ey. All it is, is CJ dry here, CJ dry there. Bullshit. Man, won't you just take it easy? No disrespect, man. But you can't dry for shit. Thanks, man. Nah, nah, nah. Say what you really mean. You such a good government, homie. You gotta ride shotguns. Show CJ was cracking. Hey, you know some? You right. Cheers, CJ. You can dry, homie. He's trippin'. Ich bin ein Huber-Facher. Ich bin ein Huber-Facher. Okay. Ja. Nächste Mission, Frage. Ins Gebiet der Ballast. Ballastoffe. Ja, komm, Alter. So, ganz easy. Drive by. Schießt aus dem Fenster. Die Nummer 1 in den Trendshots. Was für ein Gefühl, wenn man Geld hat. Yeah. Ball is turf. You dog ready? Yeah, for sure. I'm ready. Carl, just concentrate on the driving and we'll take care of the shooting. Listen to the man, fool. Scheiße, Digga. Ich muss fahren. Ich muss fahren, Leute. Was war das denn nochmal für eine Mission? Oh nein. Sag mir nicht. Ey, ich weiß noch eine Mission. Da waren wir irgendwo unter der Brücke. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich denn an links gucken, Digga? Ich überfahre die einfach. Wo ist das Problem? Ich guck mal, ganz easy. Ganz easy, Alter. Oh, das Auto hat auch ein Leben. Ich überfahre die einfach. Zack, hier. Einfach überfahren, Digga. Ja, das ist ja easy, Digga. Ernesto, ihr könnt mich nicht aufhalten. Komm, wo ist Pech, hä? Wo ist Pech? Guck mal, ganz easy. Überfahren die alle, Alter. Die ganzen Sibiköpfe. Zack, alle überfahren. Easy going. Und wie Sachen die mal... Biss dich, du Taxifahrer. Warum können wir nicht das Geld einsammeln, wenn wir einfach drüberfahren hier? Das ist ja nervig. Ja, guck mal da hinten, Digga. Ich überfahre die mit Liebe. Guck mal hier. Oh, guck mal jetzt. Yeah, Baby. Zack. Und tschüss, Digga. Let's go, Junge. Du hast zwei Fahndungssterne. Die Bullen werden dich jagen. Ach, du Scheiße, Alter. Oh, oh. Und jetzt? Wollang? Was soll ich machen? Ach so, die Bullen jagen mich. Ja, komm, jag mich doch, Digga. Ihr habt doch eh keine Chance gegen mich. Komm, doch, sechs Sterne. Ihr habt keine Chance gegen mich mit Panzer und so. Hä? Ich kann euch doch schon easy besiegen. Ich weiß doch, wie das funktioniert. Ich bin doch seit Jahren hier am Start bei GTA. Ihr Säcke, Alter. Zwei Sterne. Wo sind denn die Bullen? Ich seh die nicht mal. Ah, verpiss dich. Mal ganz easy. Zack. Was? Ja, einfach hier reinfahren. Andere Lackierung. Zack. Bei Auto Electric Benjamin sind wir hier, Alter. Ah, neue Lackierung gefällt mir. So, Sterne sind weg. Easy going. Zack. Ganz easy, Alter. Ganz easy, Freunde. Guck mal, die Sterne gehen oben langsam weg. Bruder, ich hab den Wagen einfach komplett hops genommen, ne? Ja, Freunde, wir sind am Anfang des Spiels, ne? Da sind die Missionen ja, ich will es nicht sagen, einfach. Aber die sind nicht so schwer, wie die sie noch werden, Digga. Ihr habt irgendwas geschrieben mit Katalina, Waldbrände und so. Boah, Bruder, wenn ich daran denke, da kommt mir die Kotze, Alter. Wenn ihr wieder mit eure Katalina, Matalina kommt. Junge, der mit seinem Bier, Alter. Jeden Tag Rille machen, oder wat? Geschafft? Direkt zur nächsten Mission. Wir gehen mal rüber zu Ryder. Wir wandern ein bisschen hier. Komm, Ernesto wandert ein bisschen. Was macht der denn da, Bruder? Was ist das für ein Helikopter hier? Oh, nein. Kommt zwischen 12 und 20 Uhr wieder. Jetzt geht das schon wieder los. Wisst ihr noch? Diese scheiß Zeiten immer. Ey, egal. Gehen wir zu Sweet. Wenn das da jetzt auch steht, der kriegt die Krise, ey. Jawohl. Let's go. Sweet's Girl. Shit. Where are all the homies at? Where are all the homies at? What eine Wohnung, Alter. Guck mal, die ganze Küche, Alter. Voll verkrackt alles. Fuck it. Sweet's Girl heißt die Mission, okay? Telefon klingelt. Ach, die Scheiße. Oh, Emmett auch noch, Alter. Also, Mehmet. Müssen wir jetzt auch noch hin. Gut, der trifft den doch nicht mal. Wie schlecht ist der? Ich brauche keinen Emmett. Fahr zu Sweet, bevor die Silibar ihn erledigen. Oha. Der hat auch noch Leben hier auf der Karte. Warte mal. Müssen wir da hin, Bruder. Ich fahre nicht. Ich renne, Bruder. Ich renne da hin. Ganz easy. Ich brauche nichts zu fahren. Ist doch direkt um die Ecke hier. Komm, CJ. Wir rennen ein bisschen fett zu verbrennen, ne? Warte, wir nehmen uns einfach gleich irgendwo hier ein Auto. Ach, guck mal. Jetzt rennt der schon nicht mehr. Ist irgendwo ein Auto hier? Da. Ich höre was. Ja, natürlich muss direkt die Polizei da sein, ne? Wehe. Du sagst was, Polizei. Wehe. Aber noch zwei Stück. Ihr seht nichts. Ihr habt nichts gesehen. Siehst du, die haben nichts gesehen. Alles gut. Die haben nichts gesehen. Die haben gar nichts gesehen. Ola, Chica. Was geht denn hier mit den Chias ab, Alter? Hecke Motorrad. Guck mal, die hier. Ola, Chica. Guck mal, die fahren einfach halbnackt hier rum. Was geht hier ab, Alter? Okay. Scheiß mal auf Sweet. Ey, guck mal, sein Leben geht weg von Sweet. Die sollen wir alle überfahren oder sind das meine Leute? Sind das meine Leute oder soll ich die überfahren? Digga, das sind doch meine Leute, Alter. Die eigenen Gangmitglieder, bin ich dumm. Joa, fahr die einfach hier, Alter. Komm her, du Sibi, Alter. Ja, ja, ja. Komm her. Ist gut, Digga. Ist gut. So, jetzt mache ich mal ein bisschen Action hier, Alter. Och, du Scheiße, Digga. Womit explodiert. Ey! Oh, Mist, das scheiß Auto auf einmal explodiert, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Ich hoffe, der hat hier nicht mal gespeichert, ne? Ich muss da jetzt wieder hinrennen. Bis gleich, Leute. Hört mal den Song. Dit, dit, dit. Dit, 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 dit. Boah, Digga, so geil, Alter. Das San Andreas-Feeling hier. Wuhu! Boah, super gedriftet. Jetzt muss ich echt auf das Auto aufpassen. Nicht, dass es wieder explodiert von mir. Zack! 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 Ey, guck mal, ich überfahre die doch. Die müssten eigentlich direkt down sein, Bruder. Ich muss die ganze Zeit hoch, runter, hoch. Ey, seid doch meine eigenen Gangmitglieder, ihr Schweine, Alter, eh? Voll die Scheiße, Alter. Alter, eigene Gangmitglieder. Ey! Ey, ey. Nein, wie der Auto brennt, Auto brennt. Der telefoniert doch noch dabei, der Idiot. Besorgt ihr einen Viertürer, um Sweet sein Mädchen abzuholen? Ja, aber warum soll ich mir jetzt einen scheiß Viertürer herschnappen? Da ist einer. Nein, 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 rechts, rechts, Mann! Bleib stehen, bleib stehen, Bruder. Bleib stehen. Viertürer, Viertürer. Mach Platz, mach Platz, Bruder. Geh raus, guck mal, was die hier fahren. Wie fahren die Leute hier, Alter? Die reden alle durch. Platz mal, Platz mal, Platz. Let's go, Digga. So wichtig, Alter. Diese ganzen Typen kamen da wieder alle auf mich am Ballern, ey. Ach Gott. Fahr zurück zu deinem Viertel. Am Platz, die eigenen Gangmitglieder, Alter, verraten einen hier, ey. Ich fasse es nicht. Am Platz hier. Am Platz. Äh, Junge, lass mich doch in Ruhe, Alter, was... Was fährt denn mich die ganze Zeit hier an von der Seite? Ihr müsst unten mitlesen, Leute. Ich bin hier gerade am Fahren. Fett. Ich krieg oben minus Fett. Was, mach mal, Ernesto, Abkürzung, Digga. Was für, wir müssen doch nicht hier... Denkt nicht, ich fahr hier einmal außen rum, Digga. Guck mal hier, Ernesto, Abkürzung, ey. Ich kenn doch die Wege hier, ihr Schweine. Let's go. Hey, I'm a Johnson-Boy. I'm a Johnson-Boy. Oh, finished business. So ein Big Love, boah, der hat einen dicken Kopf, Alter. Ah, guck mal, die Fußabstrücke hier, super. Ja, super, die Fußabdrücke. Super, die Fußabdrücke. Let's go, Alter. Wir haben gar kein Leben mehr. Egal, wir machen einfach weiter, Digga. Was für ein Leben, Digga, wir cheaten auch nichts. Cesar Villalpando. Oh, Gott, Digga, die ist ja wieder am rumschreien. Ist das diese Catalina, oder wäre er das nochmal? Ist das unsere Schwester? Ich weiß es nicht mehr. Ja, das ist die Schwester. Die Schwester. Oh, nein. Das Auto-Treffen mit den Latinos. Oh, oh. Fahr zur Werkstatt in Willowfield. Okay. Okay, dann fragen wir da hin, Leute. Bis gleich. Ah, hier sind wir. Genau, jetzt kommt doch irgendein Lowrider da hinten raus. Genau, ich wusste das noch. Guck mal. Digga, was sind das für Autos? Das ist richtig geil. Geil. Also, sowas ist in Deutschland gar nicht erlaubt, oder? Boah. Bruder. Guck mal, wie der hochgefliegt. Alter, dein Schnauz. Lass mich jetzt fahren, dann mit dir. Was macht der da? Ach so, in die Tuning-Werkstatt? Wie kann man das nochmal... Wie kann man das da nochmal bewegen, Alter? Ich weiß gar nicht mehr. Können wir das Ding jetzt tunen? Ich weiß es gar nicht. Boah, die Grafik sieht jetzt gerade echt gut aus, Alter. Lackierungen. Ja, Mann, Digga. Diese Flammen, ich erinnere mich noch. Ich erinnere mich noch. Boah, Bruder. Wir machen den Red Devil, Alter. Mit roten Sitzen noch. Dach. Nein, Dach brauchen wir nicht, Digga. Auf gar keinen Fall. Digga, wir machen uns den krassen... Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich habe das gekauft. Das ist doch viel zu teuer, die Scheiße, Alter. Nitro Boost. Aber ein bisschen Nitro rein. Zack. Und mehr haben wir nicht mehr. Mehr können wir uns nicht mehr leisten. Egal. Super Wagen. Fahr den Lowrider zum Treffen. Boah. Oder guck dir mal diesen Wagen an. Wie können wir das da nochmal bewegen? Wie geht das denn nochmal? Oh, oh. Ja, nicht schießen. Oder berück dich mal. Wie können wir denn nochmal mit dem Lowrider hier bewegen und sowas? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wie ging das denn nochmal? Mal. Was? Halte links, rechts? Ne, links, rechts auch nichts. Digga, drei. Warte mal, halte. Oh, warte. Oben? Ne. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Oh, oh. Nicht die Polizei berühren. Wir dürfen den Wagen nicht Schrott machen. Sieht ja auch schon nicht schlecht aus. Der Wagen ballert. So, jetzt fahren wir jetzt zu diesem komischen Treffen da. Dann gucken wir mal, was da abgeht, Leute. Ich glaube, da mussten wir auch so ein Battle machen oder so, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Ja doch, das war genau hier, wo ich das vorhin noch gesagt habe. Stimmt, stimmt. Verpiss dich doch, Alter. Guck mal jetzt, was hier los ist, Alter. Ja, ja. Genau so war das. Ich wusste das noch. Hör mal jetzt die Geräusche. Ne, ne. Halt Kreisgerücken, Einsatz zu erhöhen. Ähm. Dein Einer. Wir haben nur Fufi, Digga. Magst du eins, dann machen wir Taui, Digga. Ich mach alles, Digga. Scheiß drauf. Ich mach alles. Ich mach alles. Ich zieh den ab, Leute. Ich zieh den ab. Wir machen das jetzt ganz easy. Halt Kreisgerücken, Einsatz zu erhöhen. Hola, chica. Jetzt kommt die auch noch da mit rein, Alter. Ach, komm. Komm, ist doch easy, Alter. Wir nutzen die Rollbesteuerung. Boah, guck mal, diese Musik muss ich leiser machen. Der Copyright. Copyright kommt wieder. Die Gamer kommt wieder, Freunde. Ich muss ein bisschen leiser machen. Das war okay. Oh, Gegner hat 75. Wir haben 115. Ich sag euch meine Zahlen. Wir haben 215. Gegner hat 115. Der hat keine Chance, Digga. Ich treffe das perfekt. Ich hab ein Feeling für sowas. Ich hab ein Gefühl für sowas. Für sowas braucht man ein Gefühl. Zack. Sucht mal die Folge von damals, Freunde. Was ich damals geschafft hab. Ob ich das auch so easy geschafft hab. Oder ob ich damals da Probleme gehabt hatte. Ich weiß es gar nicht mehr. Zack. Zack. Links. Rechts. Ach, alles gut. Guck mal. Wir haben schon das doppelt Dreifache wie der, Alter. Der ist doch schlecht. Ganz easy. Was will der Vogel, ne? Der wird abgezogen. Er hat keine Chance. Ist vorbei. Er soll weiter seine Scheiße machen. Wir haben schon 2090. Er hat 400. Super. Zack. Zack. So geil, Lowrider. Ich saß noch nie in meinem Leben in so einem Wagen drin, ne? Ich würde das so gerne mal einmal machen, Alter. Einfach in so einem Lowrider-Wagen sitzen. Zack. Ganz easy, Digga. 5000 schon. Ich mach noch zweimal bis 6000, dann ist durch. Aber zack, wir haben 6000, Leute. Ganz easy. So, wenden. Keine Chance hast du, du Vogel, eh? Was ist los mit dir? Mit deinem hässlichen Auto. Was? Wie versuchst du mit Golfen? Du hast den Lowrider-Wap verloren. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ich hab doch mit 6000 Punkten geführt. Ey. Ich hab gedacht, man kann wieder beenden, wie bei der letzten Folge, wo man 3000 Punkte erreicht hat. Wisst ihr noch? Gein, Alter. Hammer. Wir haben's geschafft, Digga. Jetzt, wir mussten einfach nur zu Ende tanzen, ne? Ich hab gedacht, man kann einfach beenden, ne? Ohne Sinn. Ja, jetzt komm her. Ich bin wohl, ich bin okay. War aber ganz okay. Okay, ja, zieh mir lieber deine Strümpfe da aus, Alter, die du bis zu deinen Knien hochgezogen hast. CJ kann alles. Oh nein, nicht der, Alter. Wie der immer redet. Das ging mir so auf den Sack, ne? Ich zeig dir gleich, wer Gangster ist, du Hund. Boah, wie der redet, Alter. Oh, kommst du noch? Das geht mir so auf den Sack. Krieg erst mal deine Augen auf, du Crackhead, Alter. Was will der jetzt, der Vogel, Alter? 12.35 Uhr auf der Uhr. Guck mal, unsere Orolex, Alter. Beste Uhr. Oh, Cesar, wie Alpando. Wahnsinn, Digga, Wahnsinn. Let's go, Freunde. Der Wagen ist schon geil. Den müssen wir eigentlich in unsere Garage packen. Wir sagen, Freunde, komm, eine Mission machen wir auf jeden Fall noch, Leute. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir parken den Wagen erstmal in unsere Garage, würde ich sagen. Zack. Dann bleibt er auch hier drin, ne? So, oh, wir werden jetzt wieder angerufen. Telefon, Telefon. Oh, nein, Digga. Gebt mir so auf den Sack, wenn du redest. Guck mal, die Sterne, Digga, wie krank. Ey, Corona, oh mein Gott. Damals schon Corona. Bei GTA San Andreas. Junge, Alter. Bruder, die Oberschenkel wie Roberto Carlos. Alter, was kommt die so auf mich zu mit ihrem Herz auf der Brust? So, wir machen auf jeden Fall noch eine Mission bei Ryder. Da kannst du mich verarschen. Ich bin jetzt extra hier hingefahren. Da kommt wieder mit den scheiß Uhrzeiten an, Alter. Ey, ich krieg die Krise. Egal, komm. Dann fahren wir, komm, wir fahren zu diesem Autorennen. Wenn wir schon einmal bei Autos dabei sind hier. Fast and Furious Feeling. Bis gleich. Okay, und dann sind wir bei dem Verehrer unserer Schwester. Sie ist ja bei den High Stacks Low Rider. Okay. Hey, Carl. Hey, Baby. Nice ride, man. That's no carruccia. You sure you want to risk that, Baby? Yeah, I'm sure. How much they talk about? He's art cash or your pink slip in the pot. Con San Jose. Fast and Furious auf Wish bestellt einfach heute. The post wins. Conchota sinchota. Hol ihn hin, oder? Ja, die haben zu viel Fast and Furious geguckt. Hey, watch out, CJ. Hey, these boys don't like to lose, okay? Yeah, with me either. Follow me to the race, dude. Okay. Ja, ich bin Profi-Rennfahrer. Ihr wisst doch, wie Ernesto fährt. Holger Cesar zum Start des Rennens. Ja. Gut, Cesar. Haut erstmal die alle um hier. Was macht der da? Wie fährt der? Ist der Rille oder was? Bleib dran, Kumpel. Ja, dann fahr doch hier. Ich komme sogar von hinten bei dir ran. Guck mal hier. Er sagt, du sollst mich ranhalten. Ich schwör, ich drehe den gleich um, ne? Ich mache euch hier diesen Side-Dings, Alter. Hä? Oh, wie geil der Himmel aussieht, ne? Alter. Guckt euch das mal hier an. Den Sternen und so. Sieht schon krass aus. Ehrlich. Das haben die heftig gemacht. Okay. So, was muss ich jetzt machen? Los, Carl. Lass das rennen jetzt, oder was? Position 6 von 6. Zeit. Ach, das ist ein Rennen. Okay. Komm, wir kriegen das jetzt hin, Leute. Konzentration. So, zack. Fünfter. Vierter. Ah, Platz, ihr Affen, Alter. Wo sehe ich denn wohl? Ach, da unten links muss ich auf der Karte gucken. Da ist das nächste Ziel. Guck mal, super gedreht hier. Wir sind schon auf dem dritten. Scheiße, wieder vierte. Egal, wir schaffen das, oder wir schaffen das. Mach Platz, mach Platz. Mach Platz, du Hund, der Hund, Alter. Du kleiner Hund, Alter. Der Hund mich einfach hier runter, Mann. Ey. Ey. Wie komme ich jetzt hier hoch? Ey, der will mich verarschen. Ich schwöre, ich komme nicht mehr hier hoch. Ich schwöre, ich habe keinen Bock mehr, Alter. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ich fliege ausgerechnet genau hier runter, wo ich nicht mehr hoch kann. Hallo. Ich mache Nitro, Digga. Sogar Nitro hilft nicht mal. Ey. Leck mich am Arsch, Digga. Leck mich am Arsch. Bruder, ich kriege gerade echt die Krise, ne? Ich kriege gerade echt die Krise. Vielleicht die Treppen hochfahren? Nein, bruder, echt das Autoschrott. Ja, was macht der da? Ach, Leute. Ich komme nicht mehr weg. Ich komme jetzt hier nicht mehr weg. Verpiss dich da, Alter. Ey, ich komme hier nicht mehr weg. Ich komme hier nicht mehr weg, Alter. Ich komme hier nicht mehr weg. Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Ey, was passiert hier wieder für eine Scheiße heute, ne? Bis gleich. Warte, mit Anlauf. Ja. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da auf den Straßen. Ich bin wieder da. Komm, wir werden jetzt wieder Erster. Ach, die sind schon alle am Ziel, Digga. Kannst vergessen. Ja, wir sind angekommen, Leute. Mission fehlgeschlagen. Bestzeit 2,40. Dankeschön. Ja. Ich will neu machen. Oh mein Gott. Jetzt muss ich zu der Mission wieder hinfahren. Und die ganze Mission von neu machen. Es gab keinen Jackpoint. Und ich bin irgendwo hier in Timbuktu. Und muss jetzt hier wieder zur CV fahren. Lenk mir doch den Sack, Alter. Ehrlich. Ich schwör's. Ich mache die gleich alle so platt. Okay, Leute. Neue Runde, neues Glück. Ich nehme mir jetzt schon gerade wirklich eine Stunde und zehn Minuten auf. Ich weiß nicht, wie lange die Folge gerade geht. Aber damit ihr euch mal ein Bild machen könnt, wie lange ich hier sitze an diesen GTA-Folgen. Und der haut mich gerade ausgerechnet genau da runter, wo ich nichts mehr machen kann, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Stark, Digga, stark. Stark, Digga, stark. Stark, dreh dich nochmal. Jawohl, Junge. Ja, sehr stark. Sehr stark, CJ. Darf ich doch nicht überholen von denen, Mann. Ich kick die jetzt gleich selber da runter. Ist mir scheißegal, ne? Ey, wieso rutscht der Idiot so mit seinem Wagen? Nur diese Autos so am Rutschen, ne? Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann beende ich die Folge. Ist mir scheißegal. Ich fahr nicht nochmal dahin, Alter. Eine halbe Kilometer-Reise da. Komm, gib Gummi, gib Gummi, gib Gummi, gib Gummi, gib Gummi. Du hast einen schnelleren Wagen. Let's go, let's go, let's go. Scharfe Rechtskurve. Drei, zwei, eins, let's go. Super die Kurve genommen. Genau so. Genau so, CJ. Zack, nochmal scharfe Rechtskurve. Jawohl. Dann wieder links. Super. Guck mal, hinter mir ist gar keiner. Hinter mir ist gar keiner. Höchst der Richtung links, ne? Perfekt. So, dann wieder rechts. Verpiss dich doch, ey. Guck mal. Oha, da hinten kommt der wirklich. Die kommen ja wirklich da hinten. Links. Rechts. Ja, und jetzt nur noch hinten durch. Jetzt Vollgas runter. Wuhu. Oha, wie schnell, wie schnell. Ich fahr da voll rein, Junge. Bam, Junge. Kommen die anderen Affen auch noch her? Ihr Lappen, Alter, eh? Ihr Opfer, hier. Ich geb euch allen eine Bombe hier auf den Weg, Alter. Let's go. Und damit würde ich sagen, Freunde, euer Ernestos Valverdos verabschiedet sich vom nächsten GTA San Andreas Let's Play. Lasst einen dicken Daumen nach oben da. Ich will die 5000 Likes sehen. Und morgen geht's dann hoffentlich weiter mit der nächsten Folge. Ich verabschiede mich, Digga. Haut rein. Und ciao. Und du bist da. Vielen Dank.